Herzlich Willkommen in der Golf Akademie St. Leonroth. Eine unserer innovativen Lehrtechniken ist der Trackman. Dies ist ein Messgerät, was mit Hilfe eines Radars nicht nur ihre Carrylängen misst, sondern auch andere Punkte. Dies sind im Einzelnen. Wie bewegt sich der Schläger kurz vor und nach dem Ball? Dort kann man dann unter anderem sehen, wie schnell der Schlägerkopf an den Ball kommt, in welchem Winkel die Schlagfläche zum Ziel steht und wie die Schwungbahn im Verhältnis zum Ziel ist. Der nächste entscheidende Punkt ist dann all das, was mit dem Ball im Impact passiert. Hier kann man dann unterteilen, wie schnell der Ball abfliegt, wie groß die Kraftübertragung von der Schlagfläche auf den Ball ist, in welchem Winkel der Ball startet und wie viel Spin der Ball hat. Der letzte Teil der Messung wird dann während des Ballfluges durchgeführt. Hier misst der Trackman unter anderem die Carry- und Totallänge, sowie die Höhe und die seitliche Abweichung vom Ziel. Alle Messungen werden in Echtzeit durchgeführt und können sofort mit dem Spieler analysiert werden. Zudem haben wir auch die Möglichkeit, zeitgleich ein Video des Spielers aufzunehmen. Mit diesen Werten kann man nicht nur das Spiel verbessern, so können wir auch den perfekten Schläger für Sie fitten. Dabei ist es egal, ob der Driver, die Eisen oder aber die Wedges gefittet werden. Hier kann man dann anhand der verschiedenen Werte feststellen, welcher Schlägerkopf mit dem passenden Schaft am besten für Sie geeignet ist. Beim Training von Profi und Kaderspielern ist der Trackman mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Aber auch als ambitionierter Hobbygolfer lohnt es sich einmal ganz genau seinen Schwung anzuschauen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unser Beratungsteam der Akademie.